Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Troubled Terroristown, mit ganz vielen Leuten und Wollo ist jetzt dabei. Hallo! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Ab geht's! Ich fühl mich als wäre wieder 2015. Hallo ihr hübschen! Boah ihr seid alle zu leise bei mir. First try! First fucking try man! Der Typ ist insane! Was steht hier? Wer ist insane? Da steht L is real! Johnny hat's geschafft sich zu muten! Nein! Doch doch kein Scheiß! Oder wir glitschen uns durch! Also wir hören Johnny mal nicht! Hm! Ja Leute, ihr habt richtig gehört, Wollo ist heute mit dabei. Das ist einfach... Es ist heute quasi, es ist wieder 2015. Wollo macht TTT. Ich bin selbst sehr erstaunt darüber. Oh, da ist jemand gestorben. Da stirbt jemand! Hallo? Der Firebro ist tot! Ist draußen was los? Der Firebro ist tot! Oh! Okay, Ricky, was du ist? Nee! Der ist in dem Häuschen vorne drin, wenn du reingehst zum Merry-Go-Round. Hier! Da ist er! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was ist das denn? Wieso sind die so viele Schlangen? Hilfe! Schlangen! Schlangen! Oh Gott! Warte, ich mach mehr! Vicky? Ja! Hör auf damit zum einen, wir kommen hier nie wieder raus. Was? Wie? Zum anderen? Ja! Lege ich richtig an damit, dass unser Kollege absolut keine Ahnung hat, dass er ein Mesmerist ist und was das ist? Ich hab's ihnen erklärt! Polo, da drüben! Polo, 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 Polo! Polo, komm her! Ja! Was macht ihr hier? Du musst jemanden töten und den wiederbeleben! Das ist deine Rolle! Bisschen komisch jetzt, dass alle hier unten sind! Ja, das ist irgendwie... Du musst quasi den, du musst einen töten und den wiederbeleben, das ist deine Rolle als Mesmerist. Du musst ihn nicht töten, du musst nur eine Leiche finden. Genau, eine Leiche finden, dann haben wir noch einen extra Traitor. Okay, ich wollte gerade sagen, du kommst wieder gar nicht! Ja! Das liegt mir kaum von oben, ja! Das Problem ist, die werden jetzt alle da draußen warten, dass einer von uns hochkommt! Ja, wir können nicht mehr hochkommen, weil wir zu viele Schlagende vorne sind! Weil hier ist eine Traitor-Falle! Warte, was ist das? Traitor-Falle! Oh! Komm, 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 komm! Warte, komm zurück! Komm zurück! Oh! Oh! Kriegt das hin? Ja! Ah! Komm! Du bist deine Chance verpasst, Hockey! Auf die Hand drücken! Auf die Hand drücken mit E! Auf die Hand mit E! Was soll ich machen? Ich habe keine Hand hier! Doch, da, da! Ah, jetzt! Ich bin maximal überfordert, ich sag dir, wie es ist! Ich helfe dir! Sie bin ja da! Sie gibt ja noch diese Traitor-Fallen und so, weißt du? Ja! 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 Bist du gerade mit dem... Mit Nuno-Dautofen geschossen? Ja! Okay! Ja! 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 Okay! Vorsichtig! Oh, oh! Wir haben alle verloren! Oh Gott, diese Treppe. Schade. Wie bist du da hingekommen? Ich bin von oben gesprungen. Was war das für ein Entry? Ich bin von oben runter gesprungen. Mich haben sie einfach nur abgeknallt, das war voll gemein. Ja, hast du auch verdient. Ey. Scheiße. Wollo ist runtergefallen bei der Treppe. Aber er ist auch die erste Runde wieder. Der war direkt Mesmerist. Oh Gott. Oh, da wusstest du wahrscheinlich nicht, was er machen kann, oder? Ich habe versucht, ihnen das zu erklären so ein bisschen, aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich fühle mich auch gerade so... Ich fühle mich auch gerade so... Ne, du musst einfach nur... Das ist das normale Mann sagen. Ja, ich hoffe. Du musst Leute töten. Wir waren zu dritt Traitor. Und das Mesmerist musst du halt... Ich wusste nicht mal, dass ich Traitor bin. Das steht aber unten rechts im Mord, unten links, dass du Traitor bist. Ja, ja, Mesmerist stand da halt und da konnte ich in dem Moment nichts anfangen. Mesmerist ist Traitor. Wie gesagt, mach dir das Bild auf, was ich dir geschickt habe, Wollo. Oh. Nebenbei. Ja, ich hatte halt den Discord hier auf... Ja, klar. Öffne das Bild einfach so, ist egal. Ich höre dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in diesem kleinen Häuschen sind. Ja, dann lass uns das kleine Häuschen. Ja, aber dann bereiten die sich doch drauf vor, oder? Das ist übrigens für eine erste Runde ganz schön lang. Ja, das ist wirklich lang. Aber es geht doch nur eine Minute. Aber wir waren noch unten, wir steckten noch unten beim Karussell fest. Und wir kamen nicht mehr raus. Stimmt, die sind bei Timeout. Timo ist Traitor. Es ist auch zwei eiskalt. Alter, wie eiskalt! Ja, gut. Wo war dieser Mann? Äh, Wollo, wenn du auf Linksklick oder Rechtsklick drückst, dann kannst du quasi auf den Charakter gehen. Und dann verfolgt er den automatisch. Wegen Gucken. Bist du noch auf dem Balkon? Ja, naja, das weiß ich. Okay. Das weiß ich. Nur, ja. Du musst erstmal ins Spiel reinkommen. Das ist vollkommen okay. Wieso ist er weg? Ich höre Schüsse. Wir haben noch 10 Sekunden. 8 Sekunden, Molly! Wir haben noch ein paar Sekunden. Ja, der packt das nicht mehr. Das Ding ist, wie geht man aus diesen Verfolgungs- Weiß ich nicht, ich glaub Leertaste oder so. Wir haben dich gesucht, aber du scheinbar uns auch. Gut, jetzt wieder einmal entmuten für den Discord. Hallo. So. Was geht? Was geht? Das war eine komische Runde. Auf jeden Fall. Wundervoll. Die Runde war voll cool. Wollen wir noch mal erschrecken? Nö. Okay. Ich war das, ne? Ja, mit der AWP. Okay. Kann einer Wolon die Hand nehmen? Der kann das Spiel noch nicht. Nö. 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 Der bisschen lite Large Cups hat, années lesenig coastaln. Ey, некоторые Leute aufs CetteTuner drin. Ey Nö. Noch das Geld. Ey, man soll sich nicht? Oh Gott, der Haltland glaub' ich. Die Gang oder was? Was denn? Sind wir die Gang? Wir sind sowas von die Gang, Junge. Wir sind sowas von die Gang, Junge. Schau mal, Hockey, Schau mal. Wer man nur scheiße? Nö. Yo. Sag' ich auch? Der drums ist ... Wo ist denn, ich brauch' eine gute Waffe. Ich hab' ein Jargewer, wenn du willst. Komm, 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 wir gehen mal nach oben. Was hast du für einen Schein? So ein Lügner, Fully. So ein Lügner. Warum hat er sich entmutet, um das zu facken, ey? So ein Lügner. Hallo. Hey, Jemini. Hallo. Hallo. Ich sehe keinen da unten. Er muss die Reichweite sehr weit vorm Reden, oder? Sag mal, ist die Reichweite irgendwie vorm Reden sehr weit? Ja, die ist fast 1500 gerade. Krass. Die Türen sind echt... Die Türen sind so nervig. Was hier passiert? Entschuldigung, Maudo. Entschuldigung, Maeve. Morgi, tut mir nicht leid. Mann, geh da. Du musst doch nur da durchlaufen mit deinem Fett. Na, ist das doch nicht so schwer. Sag der Richtige. Ja, ich bin wirklich fett geworden. Nein, ich liebe dich. Ja, das war nicht so gut. Das war gar nicht so gut. knee-schuldigung. Komm na, komm na, komm na... Komm mit, komm da. möt. Timo? wo bist du was auch die hat die haben die runden verschanzt kommen wir gehen mal hoch wir haben sich unten verstanden sich kein traiter weg ich du kannst dir leicht hier ist ein theoretisch ich bin ja nicht ich bin ja nicht kann er lösen ist eine waffe was auch kommt bereit kann man rein ja kommt aber hier hinten durch die wand hier durch 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 das blaue hier rechts auf das blaue stellen und jetzt nein ich auch auch nie glück gestorben also ich muss sagen cool ich dachte man kann euch vertrauen das war meine runde die reichweite von bolsch ist ganz schön laut traiter erstmal kühles es geht Mahlzeit es geht willst du wieder traiter Reiki? ja willst du was haben? ok dann lass ich dich komm her ne 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 mach dein Ding ich halte Abstand ich glaub Hocky ist echt ein Gamer muss man sagen wie gesagt Hocky ist echt ein Gamer muss man sagen wie gesagt Hocky ist echt ein Gamer ich bin etwa so viel Gamer ach Fransch ich bin viel Gamer oh mein Gott Hocky ist gerade gottlos verreckt was geht hier? hallo? oh Gott was ist hier passiert? hier Timo ist tot Timo ist tot du bist so dumm Johnny du bist so dumm oh T-Bank du bist so dumm traurige Angelegenheit naja lass du Fully ok lass du Fully das war selber Traitor aber ist auch ok für mich ah hä? pass auf Hocky weg da weg da weg da weg da komm dahinter komm dahinter komm komm her zu mir komm her zu mir komm her zu mir ich hör die da unten ich hör die da unten ich hör die da unten oh du warst Groll achso ne das war Ricky hallo? du warst Groll das heißt du bist jetzt Traitor ok? das heißt du hast auch einen Job auf C wenn vielleicht echt da oben oder? du redest übrigens nicht du musst gucken dass du redest weil du redest gerade also ja jetzt jetzt genau du hast jetzt einen Job du bist jetzt einer von uns ne auch nicht weil Johnny dich getötet hat der Industrie deswegen warst du Groll verstehst du? also die Treppe musst du aber nochmal klarkommen follow oh mein Gott Digga ich in einmal Hilfe hol mich hier raus ich war direkt hey nein wir wollten Vendette an Fully machen achso das hat dir jetzt schlecht gelaufen auf unserer Seite das tut mir leid jetzt ist zu spät wo ist Fully denn? ja den haben wir gerade gesucht ja komm mit wir gehen hier lang follow komm mit hier durch ich folg mir einfach jetzt gehen wir hier rechts auf das Ding wieder und dann wir unten gucken ob wir hier was das wusste ich gar nicht es ist nur noch Zombie aber Zombie ist so die Ein-Mann-Armee hier ach scheiße ja gut dann müssen wir auf jeden Fall zusammen bleiben ne naja lass mal hier drinnen gucken ja 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 okay Zombie hat auf jeden Fall Mogi getötet jetzt müssen wir alle zu dritt rauf ah Zombie der versteckt sich hier wieder irgendwo ja das ist wieder auch so ein Guder ne okay okay Zombie wo bist du ja den habe ich schon benutzt oh oh das ist das Ding hochgefahren ich glaub das nicht komm wieder runter ich hab ich hab auch okay er kommt kommt her das Boot kommt BLJ machen Jungs Mann er versteckt sich irgendwo er snipet uns da weg safe der wird gleich pass auf guck gleich oben wo der Buhu immer ist ob der da oben snipe dann kannst du gleich direkt mit dem Waluichi-Law drauf knallen ja 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 direkt okay haltet euch bereit okay jetzt durch 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 schnell 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 okay keine Spur wo ist er Zombie wo bist du ja wo bist du im Haus im Haus ach da oben du Sau hallo hab ihn nice 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 ne Runde Johnny hat es quasi noch aber tut mir leid Zombie ich war Executioner und ich hab gesehen dass du unten links Zombie stand du warst der letzte Überlebende und ich dachte mir ich wollte dir auch nicht so kaltblütig hinterrückst in den Kopf schießen ich wusste ich was ich machen soll das weiß ich mir auch ich kann jetzt auch nicht einfach dich so hinterrückst erschießen aber dann bin ich ganz froh hast du mich doch und dadurch dass Johnny und dadurch dass Johnny Wollo erschossen hat hatten wir noch einen Traitor haben wir damit noch einen Traitor extra aber Wollo war Groll ne gern geschehen ey das war okay ich hab mich auch mies gewundert so also ich hab mich auch mies gewundert ne neue Runde hä nein nein du bist quasi Groll und wenn du Groll bist guck halt guck halt guck halt guck halt in das Bild rein was ich die Geschichte habe Wollo so pass auf das Junge das beißt das kennst du noch hast du schon mal mal gespielt und ich weiß doch das scheiße klavier dir wie du komm ich helfe Johnny wir müssen heute Wollo ein bisschen babysitten er kann das Spiel noch nicht er ist so scheiße wie du ich kann das also ich merke tatsächlich dass ich überhaupt nicht kann also überhaupt ist gar kein Ausdruck aber schießen kannst du doch auch Leute oder nicht das kriegst du wohl hin das habe ich noch nicht gemacht er gab ihn noch nicht dazu Wollo kann ich dir ein Rat geben oh da hinten guck mal hier 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 wenn du tatsächlich mit Minecraft anfängst lass dich bitte nicht von Riki coachen damit meine ich nicht dass Riki das nicht kann sondern entdeck mit Minecraft einfach für dich Hallöchen Hallo Jungs Hallöchen ich hab mir die Katze schon geholt also lass dir nicht so viel erklären weil da bist du die ganze Zeit nur am nachmachen und am überfordert sein da ist ja gar kein Stern ja aber sonst wünsch ich dir viel Spaß wir kommen hier wieder raus mach mal da auf wieder Jungs lass uns hier raus gar nicht das ist ein wildes Geheimnis war hier jetzt ein Stern eigentlich war hier jetzt ein Stern eigentlich war hier jetzt ein Stern eigentlich oder was oh Gott der fuck das war ja jetzt eine Trainerfalle oder dann muss er ja genau kann sein kann sein das ist eine Trainerfalle hast du gut erkannt Wollo dann müsste ja einer Traitor sein wahrscheinlich ja du hast das Spiel verstanden ja ja das hast du gut erkannt Wollo und ich hab auch geschaut und es waren jetzt beide ich bin stolz auf dich Wollo das war das unser Discwerfer nee du kannst dieses Buch aktivieren diese Bücher kannst du aktivieren dass du dich angreifen als Traitorfalle ach achso oh 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 ich glaub der ist das ich bin safe danke Mogi hat er in den Chat schrieben ok also Timo und Hoki sind Traitor ok ich glaub wir hören den nicht aber er hört uns Rikki hast du mich gerade im Muten hast du im Husten ich wollte mich im Muten zum Husten ich verstehe immer gar nicht wer grad wohl redet ich verstehe immer gar nicht wer grad wohl redet ich wusste sonst im Muten sich nie das ist ok ok warte aber Rikki ist doch tot die Traitor sind alle im Haus gerade die reden die ganze Zeit aber ich hör den zu ha äh Hoki auf jeden Fall auf jeden Fall sind auf jeden Fall Hoki und Zombie mehr vor Zombie aber Hoki ist auch so ein Clay ja das sind so Tryhards das sind so Tryhards Hoki Hoki ist ein Tryhard die können das Hoki ist saustark in TTT ja der ist saustark ok das hätte ich jetzt nicht gedacht ok der ist saustark ok alles klar man ok man aber Zombie ist halt so hast du ein One-on-one gegen Zombie tötet dich einfach mal einfach Slashkill in den Konsole ne 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 ich geh rein geh rein ich fick den das wird man schon sehen vielleicht hätte er nicht allein losgehen sollen aber für die erste Runde machst du nicht ganz gut Wolo wirst du eh nicht mehr gespielt hast ja halt's Maul Alter das ist die Klappe ich rasse nicht die wirklich die ganze Zeit ihn so richtig babysittet was ist das ich will das ja hier nach deinem Namen ich will das ja hier nach deinem Namen ich will das ja keine Gedanken mehr machen nö so schnell brengst nicht ab entspann dich mal der ist doch für den Content hier ja stimmt und ich will das ja auch mal zu Golf eingeladen werden was seh ich hier gerade das wäre geil tatsächlich ja das ist doch der ganze Grund was Golf ist mehr mein Ding aber ey aber pst ich sag auch ehrlich Golf with your friends ist so ein geiles Spiel ich liebe es ey du bist auch tot das geht es macht so sauer manchmal es macht so sauer vor allem wenn man das mit mir spielt meinst du ne ja wenn man Golf hasser ist wie du safe ne 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 einfach weil die anderen einen so wegkicken können und so scheiße ja gut stimmt man kann das ja einstellen in den Options ja hat der auch dieses springen und sowas an ja mit dem mit leertaste wenn man runter fällt äh ne ne dass man einfach an sich jumpen kann auf leertaste das ist auch sehr witzig das sollten wir mal machen das ist ne echt große Map in der man durch die Tür sich die ganze Zeit nicht findet ja die Map ist echt riesig stelle ich schon mal so kleine sind wilde Runden hier gerade das ist so ein bisschen aber leichte Start na ja jetzt jetzt geht's los warte wenn ich war Hallo Moggy komm schon mal komm schon mal oh na ja lief nicht so gut die Challenge würde ich sagen ne was war was das zählt nicht stimmt weil man nicht drücken ich warte draußen aber starke runde für die grunde durchgehen was alle treten überlebt misch respekt war überlebt echt ich bin schon wieder innocent hallo ach man ich hatte das so sehr so schlimm es ist mein freund würde mich bitte nicht schütze ich habe auf eine waffe gehofft ich wollte den fußboden weg machen ich hätte jetzt große lustig zu erschießen richtig was soll das ich wollte ich habe aber wirklich noch den fußboden gezielt steckt bist du bist du ich bin hast du hast gerade mit diesem ding geworfen du hast gerade mit dem ding geworfen ich habe es gesehen oh nein aber zombie war es noch oder war es noch zombie oder ich fand es nur gut so ich war das nicht ricky ich habe johnny einfach aus Versehen abgeworfen was zur hölle einfach so knackt bei euch auch mal schon der ton nö 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 hallöchen leute und willkommen zu einer neuen ausgabe vom ricky let's play heute sind wir unterwegs in big bruce haunt heute spielen wir auf 120 sterne wir gehen nach oben und wir werden als erstes den bohu besiegen so wir gehen jetzt hoch zum bohu diesen werden wir heute besiegen wollen denn heute ist das auf jeden fall unser ziel dieses spiel zu beenden wir werden jetzt versuchen den bohu zu besiegen kam mein freund heute sind wir im let's play forum unterwegs und wollen auf jeden fall noch hier spielen hallo bohu heute bist du tot heute bist du tot heute bist du tot arschloch ich hab's verdient ist jemand schon tot ok alle mal getötet es ist mir zu peinlich das zu sagen ist mir zu peinlich war johnny das schlimmer ach nein folie ist deswegen wenn du unten links auf den chat achtest wenn er neue runde startet es ist immer folies edle polis so oft traiter das ist der wahnsinn wie amg glück bei den scheiß ich glaub der tano und timo sind auf dem dach warum willst du nicht getroffen werden das weiter machen nice hallöchen er tötet mich auch noch selber was für ein arschloch ey also obwohl ich mich einfach noch getötet hat ich war doch traiter maiv habe ich dich getötet wait was folie ist traiter ja folie ist traiter und er hat dich getötet ja aber um nicht suspicious zu wirken vor moggi ja aber jetzt ist moggi ja auch tot also was für mich egal nee moggi ist nicht tot, maiv ist tot aber er redet nicht achso und glaubt moggi ich glaub ja maiv follow seid ihr noch hier drin moggi ist doch tot hallo johnny hallo johnny oh ja moggi ist auch tot oder wo ist der ne moggi doch moggi ist auch tot maiv ist tot und dann hat er dich umgebracht damit moggi im locken dann hat er moggi auch umgebracht hä aber hören wir hallo maiv der tano ist jetzt gestorben ja ich hab stumm geschaltet eigentlich ja das sieht gar nicht so aus achso das hat scheiße wie sollte man denn sonst runter hä ja einfach niedergekommen selben weg selben weg ja die türen ich hab die werde ich wieder belebt oh ich nehm die katze einfach bist du wieder belebt hallo wurdest doch wieder belebt ja von von zombie vorgestellt Timo dass das johnny uns zuschaut und sagt ah ja die rotten die standen alle direkt daneben die rotten mushroom jungs schon wieder unterwegs die rotten mushroom jungs schon wieder unterwegs die rotten mushroom jungs Sean ist gestorben und der war noch executioner der idiot oh nein Sean du idiot jetzt ist Sean gestorben nein wie viel health hast du verloren oh nein Nico hast du was ist passiert ich hatte irgendwie 90 hp oder sowas verloren man kann man den Sean die vergehen sich an deiner leiche ja das ist ja wieder das ist Sünde wie kann ich die denn muten also wie 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 kann ich denn hier euch muten im tot screen seht euch die rotten mushroom jungs an wie sie unterwegs sind selbst getan haben sie verloren wieso ich verstehe euch nicht gar also also morgen ich habe nicht ganz verstanden warum haben wir gehört während er noch gelebt hat ich bin so überfordert ich verstehe es wenn du es noch mehr wirst ja wir sind alle überfordert ich drehe am rad gerade also ich komme überhaupt also so gar nicht ich habe auch vielleicht ist es gar nicht hundertprozentig überfordert der todeschat macht mich fertig und die map ist auch nicht ich habe nur tonprobleme Leute ich weiß wie es bei euch jetzt aber das nervig alles ne ton ist bei uns okay ne ton ist tatsächlich gut aber es ist verwirrend ich glaube ich finde den chat anstrengender wie kann man den deaktivieren maiv man kann ihn komplett dämpfen wie denn wie macht man das f1 gameplay f1 gameplay sprache oh und dann ich durfte die runde das hätte er machen sollen die beiden waren allein mit einem monster in dem haus was hätte denn passieren sollen mir waren die hände gebunden naja normalerweise nimmt das dorf so ein paar fackeln und missgaben da ist das monster marsch diesmal nicht nicht dieses monster ich glaube ich würde die zuschauer stimmen wenn man tot ist hallo ich habe die zuschauer stimmen du noch nicht du bist doch lieb eine wilde bezeichnung wiki die zuschauer stimmen die sind gedämpft da gibt es wieder überleben übrigens eben dafür hast du dir was verdient dafür kriegst du dieses wunderschöne item ok ich will da da unten runter ich habe gesagt es bin zombie hey tja alter alter f1 ich bin super mario und ich spiele big bus haunt in mario 64 ich bin zu groß für dieses haus du tust mir weh wenn du mich drauf springst man dann ich wollte aber eigentlich zum begeben also dafür töten wieso war denn da diese ganze zeit nein ich bin gegen gewalt gar nicht also johnny strainer wo ist johnny hin aber wenn ihr fulli seht dürft ihr den ganzen rumschubsen ohne was zu sagen geht es ihm hin und schubst ihn einfach geht hin und macht so ok 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 wo ist johnny weiß ich nicht draußen glaube ich aha aha was macht ihr da wir haben timo gefragt ob er traiter ist wenn ja uns waffen geben wir hätten uns keine waffen gegeben das war meine richter stadt ok man hat mich auch den anzeigen hausmeister wir sind ein team gut der kommt wir sind ein team wir gewinnen jetzt haben wir wahrscheinlich jetzt haben wir wahrscheinlich jetzt haben wir wahrscheinlich jetzt haben wir wahrscheinlich wir sind jetzt alle detektives quasi oh der sieht sass aus der clown er tötet er tötet er tötet ihn warte 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 ok töten das ist so dämlich er hat mogi erschossen warum was macht ihr keine ahnung er hat mogi erschossen und haben wir ihn erschossen daraufhin ok Hockey schießt auf mich Hockey hat geschossen tötet Hockey tötet Hockey tötet Hockey ich werde sterben tschüss mal leben mit euch tschüss ach man ach man ach man ach man ach man doch jetzt weiß ich was damit das habe ich auch wenn du die ganz dämpfst dann knacken die tschüss ach so oh nein warte 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 untersuch es oh oliver traitor respekt hat er ihn getönt jetzt weiß ich was er meint so ein so ein so ein so ein jetzt weiß ich was er meint wir könnten das auch nach der map machen das habe ich das immer noch oh hallöchen hallöchen du wurdest ja direkt erschossen nachdem ich dich wiederbelebt habe ich wollte extra dass du dein let's play weiter machen kannst Dankeschön mach mal auf ganz kurz die Tür Amadeus 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 du hast mich nicht gesehen warum es war so offensichtlich das war ich habe gesehen wie die tür aufging also meine lieben das war die folge für heute leider ein bisschen tonproblem und problem mit der neuen mit der neuen mod gehabt passiert nächste folge dann gefixt bis zum nächsten mal haute rein und